Toni ist 82 und sportlicher denn je. Er fährt jeden Tag 8 Kilometer mit dem Fahrrad auf den Läubelbass. Das wäre grundsätzlich schon arg, aber das Ganze macht er noch mit Holzpantoffeln. Hier ist der Toni. Toni, wie lange brauchst du denn für eine Strecke? Ja gut, am Anfang bin ich so eine Stunde, Stunde ein Viertel und jetzt brauche ich schon fast eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden? Ja. Ja, und wie ist die Ausrüstung? Was hast du an? Ja, nichts. Ginnhosen und Gewändel, mein Wärter geworden, vorher immer. Also keine Radler, Radler, Hosen und so? Nein, nein. Nicht? Und Holzpantoffeln hast du an? Ja, aber du bist da sowas wie auf dem Bräterbogen. Ja, man sieht dich jetzt am Foto gerade mit den Holzpantoffeln. Du, aber rutschst du da nicht aus? Nein, ist mir schon passiert. Bist du schon mal hingeflogen? Hä? Bist du schon vom Radl geflogen einmal, gefallen? Ja, aber nicht derwegen, nein, nein. Aha. Nein, flogen. Du, und du hast erst in der Pension angefangen mit Radl fahren? Ja, ja, und nach der Pension, wie der Bub mit dem Hausbaum fertig war, dann habe ich angefangen. Mhm. Und man dachte, irgendwas muss ich machen. Mhm. Ja. Ja, da bin ich schon, da bin ich schon, äh, 2000 Mal alleine gefahren in Wien, ich bleibe. Da habe ich schon eine Million Höhenmeter gemacht. Okay. Jetzt machen sich manche Gäste hier auf der Bühne und ich schwenke zu Claudia Gedanken, ne? Alter Mensch, am Vorrat, Herzinfarkt, etc., etc., gell, Claudia? Ja, das war gefährlich, ja, bei das Ganze, was er dann bei Ihnen schreibt. Heute war ich sehr schönste Tod, war steuerlich und noch auch nichts. Ja. Das war gut. Hast du ein altes Wafferrat, oder? Ja, gut, ich konnte ja Drogenhäne, wo man noch ist nichts. Nein, nein, wir wollen durchs Bergeradeln, dem... Mountainbike. Ja, Mountainbike sag ich nicht, ich sag Bergeradeln sehr wenig. Rechtholz. Rechtholz. Nein, da waren ja ausländischen Abboten. Und du fühlst dich wohl, wenn du oben bist. Man sagt ja, wenn man so viel Sport betreibt und immer wieder die Barriere überbrückt, schüttet man Endorphine, diese Glückshormone aus. Schüttest du diese auch aus? Ja. Also bist du glücklich, wenn du am Berg oben bist? Ja. Bist du glücklich, wenn du oben angekommen bist? Ja, feule, feule. Na, und ich weiß nicht, dass ich wieder 500 Höhe Meter hochgedraht habe. Ja, super. Hast du nie Angst, dass du einmal umfährst, vor ein Auto fährst? Ja, aber ich fähr meistens in der Frie, und da tue ich nicht viel Überholverkehr. Von Gegenverkehr habe ich kein Angst, aber von Überholverkehr. Ja. Genau, bevor du sagst auch ein bisschen. Genau, ja. Also wenn du da herkommst, dann hat er Angst, doch. Er wird uns überleben, das sag ich da. Das ist wohlfällig. Wie viele Kilometer fährst du bergauf? Wie viele Kilometer fährst du bergauf? Also, ja, eine der ersten zwei Kilometer ist ja keine Steigung, aber noch eine, noch nicht eine Steigung. Aber bei jedem Wind und Wetter? Bin ich gefahren, ja. Und auch wenn es schneit? Ja, also wenn er recht gegossen hat oder bevor der Schneepflug nicht gefahren ist und ich nicht kann ihn fahren. Dann bin ich den nächsten, oder übernächsten Tag zweimal gefahren. Okay. Einmal, einmal, zweimal bin ich dreimal gefahren. Einmal war ich so drauf gefahren, ja, vierzehnmal noch gefahren, aber habe ich mich geniert. Und dann denken wir, aber die gleichen Leute sagen sie, ja, tippt, was war ich so drauf. Du, Toni, du bist geschieden, gell? Ja. Seit wie vielen Jahren? Ja, 13 Jahre. Ich denke, heute gar nicht mehr drauf. Heute geht mir gut und mir fällt nichts. Aha. Also, ich frage nur, weil wir ein paar Damen haben, die einen Mann suchen und es gibt nichts mehr Gescheits und Aktives und Fittes. Jetzt kommst du da daher. Ich habe eine Freundin, ich wohne nicht bei ihr. Aber hast du ja eine Freundin? Ja. Siehst du, die Männer tun sie leichter, gell? Wie alt ist denn die Freundin? Wie alt? 73. Aha. Und das ist so quasi ein richtig? Oh, no. Weißt du, was ich sage, da hast du alles so, als wenn du in der Vorschule. Da hast du Sprechstunden, hast du Bastelstunden und ab und zu werfen. Tony, was darfst du denn gerne lernen? Also, wenn du noch, wenn du noch 30, 40 wärst, also was hast du im Leben nicht gelernt, wo du heute sagst, das würdest du noch gerne lernen? Eine Sprache oder ein Tanz? Nein, 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 unsere Sprache ist sehr schön und französisch kann ich ohne ein Wort. Ja, ich mache schon wahr. Das heißt, du bist ein zufriedener, glücklicher Mensch? Ja, mir fällt gar nichts. Du brauchst gar nichts, keine Ansprüche in die irgendwelche Richtung. Du machst den Sport, das ist nicht. Das ist ja so, dass die Leute in die Kinder und Kindeskinder zur Last fallen, die müssen der das zahlen, weil das, was mir eingezahlt haben, das haben die Politiker und die Banken und die Gewerkschafts-Junals-Probleme gepackt. Ja, ja. Ich glaube, ungefähr so drauf wie der Tony ist auch dein Papa Erwin, der ist...